Dirk. Hallo. 20 Uhr. Die Uni von Michel überzieht. ... eine Reihe von sozialen Gruppen, die sich in ihrer Wahrgenommen und Macht unterscheiden... Michel, kann ich dich dazu abfragen? Michel? Hast du auch so studiert? Strenge Anwesenheitspflicht. Ich bin einfach wirklich gar nicht hingegangen. Auch nicht so getan. Das ist Studio Middle Nutshell 2022, ne? Martin war eben da, als die Anwesenheit kontrolliert wurde. Man hat gesagt, anwesend oder was? Apropos Martin, wir haben neun, ne? Ne, ne. Haben wir neun? Na, ah, ah, ah. In der Firma? In der Firma, ja, ja, ja. Als Betriebssport bist du heute Teilnehmer? Nur heute, genau, ja, ja. Und sonst? Und sonst bei Hürth? Verbandsliga? Ja, in Köln. Das heißt, ich zeig euch weiter, wie es geht. Ah, ooooh. Was machen wir mit neun, die eine zu große Fresse haben? Dingeling Dates. Weißt du, was heute geil ist? Ich muss das Training nicht machen. Leon hat das angemeldet. Gucken wir mal, was die Hürder-Jungs da im Training... Ist auf jeden Fall zu spät, der Auslitzreiner, der Neue. Aber das Netz auch. 20 Uhr eins, da kommt der Student. Clemens, sehr stabil hier, sehr stabil. Auch farblich wirklich passend. Sehr gut. Also, das gefällt mir herausragend. Ui, zeig noch mal. Ui. Michel, worum geht's in deiner Vorlesung? Verschwörnst du ihn, glaube ich. Hoffe ich. Ich bin schon ein Teil. Als Chef-Rheinerin. Mhm. Leon hat heute Trainer angemeldet. Der Trainer ist zu spät. Was machen wir damit? Naja, er will sich ja auf den Kurt-Rheiner-Post gewerben, glaube ich. Damit hat er schon mal einen Minus-Kund. Aber mal gucken, was der noch so drauf hat heute. Leon bekommt anderthalb von drei Antennen, die er sich gewünscht hat. Okay, gut. Mülle Bälle. Clemens, mach Asthans. Mach jetzt Asthans. Dennis, 2009. TSV Unterhaching. Dennis Caliberda, ey. Kurz geht raus. Legendentrikot. Wie hast du das bekommen? Von Dennis zu Dennis. Hast du ihn unter den Tisch getrunken? Guck mal, da ist der Trainer. Komm ich hier oben und rufe die Scheiße an. Das steht dicht. Ich habe jetzt für... Du glaubst? Ich habe zwischen sechs und 13 geplant, so ungefähr. Das ist richtig. Das ist richtig. Für Dankenball? Für Dankenball. Für Dankenball. Ich hoffe, sie hat die Schulter schon aufgeladen zu laufen, weil du wirst heute... Muss ich heute zuspielen? Ich bin am Wochenende gar nicht da. Nee, du musst nicht zuspielen. Aber schnell wie eine Ballerina wirst du dich heute übers Feld bewegen. Ja, das ist klar. Das mache ich schon mein Leben lang. Was ist so witzig? Grüß euch. Ich bin der Daniel. Hallo. Meine Mama. Okay, das hört sich langweilig an. Ich mache die Kamera wieder aus. Dankenball. Wow. This shit is high. High like a motherfucker. Okay. Oh, no. Jürgen with the rocket. Yeah. Dankenball. This is a Dankenball. Hey, you lazy motherfuckers. Den habe ich verweigert. Tut mir leid. Der war wirklich kacke. Nice. Da war Säft hinter. Ich will ein Bier trinken. Das ist schon wieder bodenlos, was hier passiert. Ohne Scheiß. Du hast echt GPS-Signalprobleme, seitdem du nicht mehr trinkst. Das ist dein Sist, Alter. Deine Sist. Ist der Stier vorne? Ja, ne? Brrrrrrr. Hier ist der. Der reicht doch. Brrrrrrr. Oh, nein. Das ist Flow-Driver. Oh mein Gott. Schlecht. Guter Doppelblock und ein schlechter Schlag. Heißt mich. Oh, schade. Das war ein kranker Pass von Jürgen, Alter. Das hätte ein ultimatives Highlight werden können. Durch die Arme. Geht nicht. Ich bin so lotharisch heute, Alter. Ich bin so lotharisch heute, Alter. Brrrrrrr. 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 Nice. Oh. Echt aus. Du hast... Das war Ding-Dates, ne? Geil, Mann. Oh, shit. Der war heftig. Schlecht! Mann! Oh, ja, oh, ja! Ei, ei, ei. Gut getroffen, Kapi. Mann! Das ist so Trash, Alter. Jedes Mal in einer Mülltonne, ey. Pass auf, ich block hier Mitte und spiel aber auch zu. Okay? Du bist die Ronalkeule, Stier. Trainer, darf ich einmal kurz ne Ansage zu meinen Blockern machen? Ich sag das so laut, dass jeder zuhören kann. Wenn die Scheißpille nah genug am Netz ist, guck ich die an und greif die ab. Ich mach keinen Jump in Reach, sondern ich geh auf den fucking Ball und block den. Dieses, ich spring so hoch, es bringt nichts, geht mir auf den Sack. Auf die Pille drauf, ihr wollt nen Blockpunkt machen. Und nicht zeigen, dass ihr mit der Fresse beim Netz hängt. Asozial ist das. Okay, Stier? Schönen. Toll, Mann. Sicher? Ich glaub, da ist Netzfehler. Nee. Lass mal kurz, warte mal. Oh, ich wollt den so wegschießen, Alter. Fetter ****, Alter. Du nimmst dich wie ein ****, Alter. Geh zum Mixed-Sport. Stör die anderen nicht beim Training, du ****. Ich geh dich auf Mitte und bin mir auch wie einer, ne? Du gehst mir jetzt auch nicht mehr auf den Sack mit der Kacke hier, ey. Alter. So, das ist nämlich ein besserer Kontakt, ihr dummen ****. Könnten euch alle löschen gehen. Macht euch nur einmal über mich lustig. Aus! Innerhalb rum ist nicht erlaubt, unser Punkt. Schnauze ein, pack die Pille raus, ihr kriegt den nächsten. Los. Clemens, du sollst weiter lobben, sonst kriegst du keinen Ball vorbei. Ich hab so viel, seitdem ich mich angeschrien hab, hab ich so viele gute Kontakte. Gar nicht mal eine so gute Kerze für so einen guten Fußballer. Wenn du nicht mal mehr schießen kannst, was ist denn da los? Bist du sauer? Du hast schlechte Laune. Ich bin wieder da, ich musste mich nur einmal anschreiben, weil ich dumm war. Ich bin bereit für den Dunkin-Ball. Okay. Easy, Bro. Warte, 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 warte. Florian hat beim Dunkin-Ball-Spielen so krass gefurzt. Ja, ja, ja. Sorry. Hast du mir die Hose gemacht? Das geht nicht, Mann. Das war heftig, ey. Cool Clan. Heute ein bisschen kürzerer Vlog, sorry, meine Brays. Stimmung ist am Ende ein bisschen gekippt. Ich hab noch 27 Mal einen Block geschlagen und war sauer. Aber was bleibt, ist dieser wunderschöne Furzmoment mit Code-Reiber. Denkt auf jeden Fall dran, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt könnt ihr euch noch hier das Nasenbluten-Video reinziehen. Das war auf jeden Fall ganz krank. Und dann sehen wir uns die Nüsse wieder.